Hallo und herzlich Willkommen im letzten Clash Royale, was sie doch verkackt hat, habe ich noch mit Dash das neue Level gezockt und das will ich noch beenden. Und heute dabei ist... Und er lädt gerade auch so ein geiles Embalerspiel hoch. Kannst du mal schauen wie lange es noch dauert. Counter Terrorist? Also ich bin zu viel interessiert. Und wann kommt das dann? Nein, dann ist es da oben. den, warte ich jaut's jetzt. Guck mal auf mein Kanal. Boah, nein 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 nein, nein nein. Boom, boom, boom. Yo, oh! Oh! Alter! Wann? Was ist los? Ich muss wieder runternehmen. Warum? Ich muss nochmal neu hochladen. Warum musst du wieder runternehmen? Wegen Konto. Ach nö. Dann ladt halt Slash Roya mit mir hoch. Wo ich gerade auch mit dir ausgegangen bin. Ach so. Stimmt. Nein! Shit! Da hätte ich nicht springen sollen. Na toll. Aber ich bin eigentlich ganz schön gut. In dem Level. Ich wollte halt einfach nur probieren, weil ich ja schon im ersten... Also, wo ich das einmal gezockt habe, 75% hatte. Und die sind hier gerade im Dunkeln. Und nein, ich bin nicht nackt. Ich bin angezogen. Ich bin angezogen. Und selbst wenn... Tanzverbot ist auch nackt. Gäh? Hä? Was ist jetzt passiert? Nico, hast du gerade mit den Händen? Hast du gerade mein Tablet gehackt? Oh, jetzt komm! Hör auf zu hacken. Hä? Hör auf mein Tablet zu hacken. Ich war gerade... Nico, du hackst gerade mein Tablet? Was denn? Hör auf! Nico, hör auf! Was denn? Hau auf mein... Nein, ich will nicht gleich auf Glanz. Hau auf mein Tablet zu hacken. Sag mal, spinnst du? Warum hackst du mein Tablet? Nein, ich möchte mich noch nicht mit der Art herunterladen. Das ist überhaupt ein Scheiß. Andere! Bist du, wie Nico wirklich ist? Heetleer! Nein, Spaß! Was alter? Na ja, wo du l musst! Nu ist... wenn du schon hin pro. Also Magic ребята noch drinnen, der hat jetzt noch einen andere вещenden. Das ist sein Netflix ведь Kanal. Und da hat er jetzt auf Slash-O-Jah runtergeladen sag mal den Leuten, wodurch du so eine gute Quali hast. Durch wen? Super, dass du mir nach... Ja, okay. Eigentlich ist es. Ja, okay. Deine aber auch. Deine, Nico. Ja, ich weiß Nico. Nicorius. Ich weiß nicht, Nico. Toll. Albladia zu Victor. Nennt man auch Fiktor. Oder Basti nennt man Schwasti. Also es gibt viele... Ja. Oh, was ist eigentlich Fiko für ein Name, Alter? Das ist nicht mein Ausdruck. Geh? Fiko. Achso. Ja, ficken ist es aber nicht direkten Ausdruck. Oder? Da müsste man schon Fiktor springen. Die kommt jetzt. Ja, du musst. Meine Augen. Och nein. Ich war ja neu. Och Leute, meine Augen. Die halten diese FCDC nicht aus. Es tut mir leid, wenn ich schlecht spiele, okay? Schaut halt denen, die Chisten oder so. Die können es besser, okay? Wie schweren kann man sich da normalerweise eher weniger? Ja, wahrscheinlich. Was ist los? Schaut jetzt neu. Achso, im Inscope. Gell? Inscope 21. Hier ist's. Das war's. Was ist das denn für ein Level? Warum geht das eigentlich so lange? Also ja klar, jedes Level geht immer bis zu 100%. Aber das hier ist einfach nur ein Mario in Halt. Das ist einfach das beste Spiel, hat auch den besten Charakter, nämlich ein Würfel. Und hier komme ich eigentlich nicht ganz gut durch. Also ich bin eigentlich noch nie gestorben. Okay, Clash Royale. Ach nee, ich bin so dumm. Bis dahin, aber da hast du auch ausgegangen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich weiß nie, wann ich immer springen soll. Das ist schwieriger. Man macht eine Sache falsch und man muss alles wieder von neuem machen. Das ist schwieriger in dem Spiel. Du kennst ja gar nicht wie das. Ich weiß nicht, ob ich das nicht habe. Wie das ist? Ich weiß nicht. noch nicht. Also bis dann. Ciao.